Hallo ihr Lieben, kleiner Quick-Tipp aus dem Gartengemüsekiosk aus der Jungpflanzenanzuchtstation. Ihr seht vor mir hier Blumenkohl früh, den Batavia-Salat, den knackigen, bunten und ihr seht Zwiebelgemüse. Beim Zwiebelgemüse braucht man tatsächlich ein bisschen mehr Geduld, aber das lohnt sich. Der heutige Quick-Tipp lautet nicht zu viel gießen. Wenn man die Jungpflanzen da hat, will man natürlich, dass sie schnell wachsen und ist vielleicht geneigt, da einfach täglich die Brause drüber zu halten, aber lieber machen wir das nicht. Am besten von unten gießen und von oben dann auch mal abtrocknen lassen und mit dem Finger mal ein bisschen tiefer reingehen und gucken, ist es wirklich schon so trocken, muss ich wieder gießen oder ist es besser, die Pflanzen hier erstmal mit der Erde ein bisschen abtrocknen zu lassen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Spaß bei euren Aussaaten und euren Jungpflanzen.